Meine Freunde, heute habe ich mal einen kleinen Ausflug gemacht nach Olfen, zum Ternscher See. Ternsche, da ist auch ein Campingplatz in der Nähe. Natürlich heute mega geiles Herbstwetter. Rein theoretisch könnte man baden gehen, also hier direkt ist auch baden erlaubt. Auf eigene Gefahr, habe ich gerade eben gelesen. Geiles Wetter, viele Enten. Wie gesagt, ich bin jetzt hier direkt in dem Badebereich. Das ist eigentlich als Freibad auch, habe ich eben gelesen. Mit Eintritt, Erwachsene, 4 Euro, Kinder kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Habe ich vorne am Eingangsbereich gelesen. Da hinten ist der Campingplatz und Verköstigung, Kiosk und keine Ahnung, was es so weiter gibt. Und rechts ist, ich glaube, Herren, also Toiletten und so weiter, so wie es aussieht. Aber auch gleichzeitig in Verbindung mit dem Campingplatz. Ja, das wollte ich eigentlich mal hier kurz festhalten, weil da komme ich ja nun mal auch nicht jeden Tag her. Da, wenn man mal hinter den Zäunen guckt, da sieht man die Dächer von den Wohnwagen. Das ist also ein Dauercamping. Da unten sitzen Jugendliche. So wie es aussieht, ist da hinten ein Bootsverleih mittlerweile. Keine Ahnung, aber ja, kann man mal ein Wochenende hinfahren oder auch mal eine Woche Urlaub machen mit dem Camper. Ist nicht teuer hier. Und alles in der Nähe erreichbar. Ja, gut, das war ein kurzer Bericht hier vom Thernscher See in Olfen, Münsterland. Jo, was braucht ihr noch für Infos? Keine Ahnung, schaut einfach im Netz. Thernscher See, Olfen, Campingplatz. Dann habt ihr alles. Bis dann, Norbert von Kanal. Da, wo immer die Sonne scheint und heute sogar am Thernscher See, nicht weit von meinem Camping entfernt. So circa 20 Kilometer. Bis dann, bye bye.